Und jetzt kommt die Roomtour dieses Hauses. Einfach krass! Hallo? Hallo? Es ist 10 Uhr abends, die Kinder schlafen schon und wir gehen jetzt auch gleich ins Bett. In, oh mein Gott, ich kann es gar nicht aussprechen, in dreieinhalb Stunden müssen wir aufstehen und zum Flughafen fahren, denn für uns geht es ins Paradies. Alles ist im Auto, alles ist gepackt und wir haben alle schon die Klamotten an, mit denen wir morgen losfliegen werden. Dass es einfach schneller geht, dass wir die Kinder auch so lang wie möglich schlafen lassen können. Habe ich die auch schon in die Klamotten gepackt, dass ich die dann einfach nur wecken muss, schnappen muss, ins Auto und los geht's. Ja, alles richtig unkompliziert. Wir sind bereit. Ich kann euch gar nicht sagen, ich freue mich so doll. Es ist einfach ein Traum, der wahr wird. Morgen! Guten Morgen! Morgen! So, wir sind wach. Domi checkt gerade, ob alles im Auto ist. Und wir sind ready. Und als allerletztes schnappen wir uns die Kinder. Und dann geht die Reise los. Das sind jetzt noch die Pullis für die Mädels und die Socken für die Mädels. Und wir nehmen auch Mia ihren Koffer mit. Letztes Mal ist zwar immer ein Reifen abgegangen, hat aber Domi repariert und wir hoffen, der bleibt jetzt dran. Nein. Also bisher waren wir richtig unglücklich immer mit dem, aber vielleicht hält's jetzt besser. Ja, und da sind halt hauptsächlich jetzt Mia-Spielsachen drinne und Malbücher. Und da werden wir nachher noch die Kamera reinpacken und Getränke. Genau. Das muss in unser Auto und dann sollte alles vollständig sein. Hallöchen, meine Lieben! Oh, es geht auf dem Harrison! Schön, dass ihr wieder dabei seid! Ja! Es ist richtig Deilungerzeit! Los! Ich bin ehrlich krank. Aber ich muss sagen, es geht. Ja, ich hatte irgendwie so fünf Minuten, bevor mein Wecker angeht, bin ich wach geworden. Boah, das ist auch... Nein, das ist gut! Ja klar, weil ich echt aufgewacht bin von... Ja, aber ich dachte so, schau's auf die Uhr. Fuck, du noch fünf Minuten schlaf, wenn du noch nicht. Nein! Ich bin aufgestanden. Ja, wir sind jetzt eigentlich so gut wie verrückt. Fast ein Partnerlook, so. Unser Travel-Outfit. Wir sind auch gut in Time. Es ist jetzt drei Viertel zwei in der Nacht. Und wir schnappen jetzt die Kinder. Ich glaub, Mia wird sich voll freuen. Wir haben sie ja gestern schon gesagt, dass wir sie wecken werden. Und die ist auch ganz brav ins Bett gegangen. Und Kyla packe ich direkt in den Arm, in den Sitz und dann wird die, glaub ich, weiter schlafen. Die Travel-Gruppe! Mia ist total aufgeregt. Ja. Und Kyla sieht so süß aus. Man kennt dich gar nicht in langen Klamotten, meine Spatzi, ha? Wir sind die ganze Zeit immer kurz angezogen. Okay. Let's go! Wir haben für Kyla einfach alles angepackt. Genug Milch, genug Essen, genug Windeln. Ja. Wenn wir zurückfliegen, dann können wir eigentlich einen Koffer da lassen. Wie sie tatscht. Wie süß seid ihr bitte? Wie schön ihr freut sich so krass. Ich zeig euch hier, es gibt einfach so coole Shops am Flughafen. Hier zum Beispiel H&M. Oder hier gibt's einfach ein Nutella-Laden. Ey, wenn's jetzt so früh wär, würde ich mir da jetzt echt was gönnen. Okay, ich bin echt ein Nutella-Fan. Ich esse zwar nicht oft, aber wenn, dann genieße ich es so. So, wir warten jetzt hier am Gate. Und langsam tritt wieder die Müdigkeit so ein bisschen ein. Ist ja doch noch recht früh. Aber ich wollte mal kurz sagen, es ist so schön zu sehen, wie Mia das Reisen mittlerweile ganz anders aufnimmt, wie jetzt vor einem Jahr oder so. Sie beobachtet ganz anders, sie ist voll aufgeregt, sieht die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge, neue Sachen und so. Das ist mir heute extrem aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Und da geht richtig mein Papa-Herz auf. Das ist so schön. Die stehen jetzt auch hier hinten gerade und beobachten die Flugzeuge und so. Also richtig, richtig schönes Alter zum Reisen jetzt. Die ist voll aufgedreht und aufgewühlt. Ja, wir steigen jetzt auf jeden Fall gleich ein. Boarding beginnt. Und dann hoffe ich, dass wir alle ein bisschen noch schlafen können. Dass wenn wir dann landen, dass wir dann auch 100% den ersten Tag noch genießen können. So, wir sind alle auf unseren Sitzplätzen. Kayla hat schon ihre Kopfhörer an. Und ich wollte euch mal ganz kurz diese Filmauswahl hier zeigen. Die ist wirklich super klasse. Sarah und ich waren glaube ich das letzte Mal in einem Kino vor. 4 Jahren sowas. Und wenn wir einen Film anschauen, der aktuell gerade neu ist, dann ist das immerhin im Flieger. Hier seht ihr mal die Auswahl. Und hier seht ihr, dass Pinocchio neu verfüllen wurde. Ich glaube den gönnen wir uns auf jeden Fall, sobald die Kinder schlafen. Und keine Ahnung was es noch so gibt. Aber hier findet man auf jeden Fall was. So, mal ein Update. Wir haben alle gestorben. Kayla schläft immer noch. Das ist ja auf einmal Nachtflug. Also eigentlich perfekt. Ja, Mia ist aufgewacht. Sie schaut jetzt gerade im Film an. Und Tommy fängt auch noch. Der ist da. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Nein, ich hab jetzt noch nie gesehen. Du auch noch nicht, Mia? Nein. Mia starrt hier aus dem Fenster. Und ich hier. Boah, unglaublich. Traumhaft schön, echt. Also ich muss sagen, der Buggy. Und der Koffer. Schatz, warte mal, die kotzen hier gleich. Und ich auch. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schatz, bleibt doch mal kurz stehen bitte. Hallo. Einfach kurz stehen bleiben. Ich will das kurz zeigen, wo wir das drangemacht haben. Wir sind angekommen. Herzlich willkommen, Damen und Herren. Wir sind auf der Valle. Wir sind auf der Valle. Oh, kam noch. Eins, zwei, drei. Das geht flott hier. They are for us? Yes. Oh, Tommy! Geiler Look! Und eine für dich. Für mich. Und eine für mich. Der Urlaub kann beginnen. Der Flughafen ist einfach komplett offen. Wie crazy. Was für ein schöner Empfang. Hier noch eins. Was für ein Loa. Was für ein Loa. Hier wird gerade eingecheckt. Es geht nämlich gleich mit dem Wasserflugzeug weiter. Aber da bin ich richtig gespannt. Auch die Intels ist das erste Mal für uns. Mit fast 30. Ich hoffe. Ich werde hier einfach. Ich fahre hier im Paradies. Einfach mein 30. Ich werde alt. Wir sind mal unabhängig von deinem Problem. Ja, dein Problem. Du wirst erst drei Wochen später 30. Da reden wir dann nochmal. Oh Mensch. Was ich sagen will. Ich weiß nicht, ob ich in den Flieger passe. Mit meinen langen Achsen. Der ist übrigens heute das allererste Mal mit kurzer Hose geflogen. Nie wieder. Nie wieder. Es war arsch, arsch kalt. Aber zum Glück ging der Flieger ganz schnell und war gut. Wir waren innerhalb von drei Stunden und 40 Minuten hier. Können wir öfter machen. Daumen hoch. Ich sag euch alles so ultra entspannt. Wir sind jetzt hier am Wasserflugzeughafen. Und da hat das Hotel von uns. Dann hat das Hotel hier eine eigene Lounge. Und hier können wir jetzt bereits schon das Zimmer einchecken. Das heißt, wenn wir dann ankommen mit dem Wasserflugzeug, können wir direkt aufs Zimmer. Hier gibt es jetzt, was soll ich euch mal zeigen? Müsli, Kaffee, Tee, ein kleines Breakfast. Ich will sehen, ob das mit Milch ist. Oh, das ist gar kein Müsli. Snacks. Snacks und Riegel und Obst und hier Tee und Kaffee. Oh, jetzt hat es Apfelsaft entdeckt. Und das ist die Aussicht von der Lounge. So sehen die Wasserflugzeuge aus. Und da werden wir gleich einsteigen. Das ist schon aufregend. Jetzt geht es auch zum Flugzeug. Wir hatten jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt der... Echt jetzt? Ich habe jetzt der Mia noch die Haare gemacht. Und der Kyla auch. Guck mal. Hier hat es schon mal her, Kyla. Einen süßen kleinen Zapf. Dein erster Zapf. So. 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 jetzt geht die Reise los. Er ist ein richtig kleiner, schnuckerlicher Flieger. So. 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 Heim ooking. So. 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 It's burnt. So. So. Oh. So. die hierher gekommen sind oder alle, die hier auf der Insel sind, sind getestet und werden nochmal getestet, wenn sie hier sind. Und wir werden jetzt auch getestet und sobald wir getestet wurden und das Ergebnis haben, dann kommt das Ding hier eineinhalb Wochen einfach weg. Das heißt, wir brauchen diese Freude, das ist so krass, man hat sich das so dran gewöhnt. Gar keine Maske. Das ist richtig krass. Also, das wird noch mal ein anderes Gefühl. Ja, und dann, wenn das alles fertig ist, dann zeigen wir euch unser Zimmer. Ja, das ist nämlich, wie man es sich halt mal den Dieben vorstellt. Unglaublich. Oh ja, traumhaft schön. Mund auf, angenehmer. Dann kommt es auch wieder raus. Oh, dann lässt sich gut, fühlt es halt, ne? Puh, ist aber wert. Ich glaube, das war der entspannteste Corona, das ich jemals hatte. Wahrscheinlich, weil ich auch das Ziel vor Augen gehalten habe. Die hier sind weg. Natürlich war unser Corona-Test negativ. Wir können jetzt einfach zehn Tage, so lang bleiben wir, das hier genießen, ohne eine Maske zu tragen. So schönes Gefühl. Ja, aber jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Und jetzt kommt die Roomtour dieses Hauses. Einfach krass. Hallo? 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 Komm rein! Bist du süß? Okay, dann starten wir hier mal. Hier links haben wir eine Weinbar. Und da ist auch ganz schön viel Wein drin, ne? Mal schauen, wann wir hier eine öffnen werden. Hier ist ein kleines... Hey! Das ist kein Spaß. Eine kleine Toilette. Und dann kommen wir hier auch schon zu unserem Wohnzimmer. Und auch Schlafplatz von mir. Es ist einfach so krass schön. Wunderbar. Und schaut mal, die haben hier uns auch wieder voll viele schöne Sachen vorbereitet. Probier das jetzt mal. Was ist das? Weiß ich nicht, aber ich hab... Ich hab auch schon gerade einen Oreo-Keks gegessen. Hm? Kann das was? Sieht alles sehr nach so Spezialitäten aus. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, noch viel Obst. Noch ein Champagner zum Anstoßen. Und hier, guck mal wie süß. Ich find das immer so schön, wenn die sich immer so viel Mühe geben. Ja, und da, ne? Okay, das... Nein, das sehen wir noch nicht. Okay. So, dann geht's hier weiter. Und da, ne? Ja, unsere Minibar. Zöpfchen hier oben. Ja, unser Bett. Mia hat auch schon angefangen, ihren Koffer auszupacken. Oh, was ist da passiert? Wir haben ganz viele Stifte mitgenommen. Einfach alles aufgerissen. Das Kind, Mausi, das kann man doch alles auch schön aufmachen. Da ist dann der Blick nach draußen, den zeigen wir euch gleich. Wir gehen jetzt hier noch ins Badezimmer, was ich auch ganz, ganz, ganz schön finde. Einfach wunderschön. Sieht alles so toll aus. Zwei Waschbecken hier, Dusche, Toilette und Badewanne. Und jetzt gehen wir nach draußen, Schatz. Komm, jetzt darfst du filmen, ja? Übernimm mal. Also, jetzt zeigen wir euch den Außenbereich. Ja. Oh mein Gott. Das ist einfach so wunderschön, Leute. Wir haben uns für eine Strandvilla entschieden. Einfach, wesentlich, entspannter, einfacher mit Kindern. Mia hat das Bedürfnis, einfach so in den Pool zu springen. Mit Unterhemd und Unterhose. Ja, dann schwimm mal hier rüber. Ja, dann schwimm mal vor. Vorne haben wir auch zwei Sonnenliegen. Und schaut mal bitte, wenn man hier einfach drei Schritte weiter geht, ne? Dann haben wir einfach direkt den Strand von der Nase, der einfach wunderschön ist. Oh mein Gott. Unglaublich. Dieser Strand ist einfach Puderzucker. Und so sieht's von der Seite aus. Hier vorne gibt's dann noch eine Area. So, da kann man dann abends ganz gut chillen. Und da geht's dann auch wieder zum Strand. Mir fällt gerade gar nichts mehr ein, was ich sagen soll. Ich bin so geflasht. So hin und weg. Ein Traum geht gerade in Erfüllung. Wir sind im Paradies. Ja. Keila wird jetzt erstmal schlafen. Wir werden jetzt erstmal genießen, ne? Und ankommen, die Taschen auspacken. Wir sind einfach im Paradies. Wir sind einfach auf den Malediven. Wir wollten hier ja schon so lange her. Wir wollten auch hier schon unsere Hochzeitsreise verbringen. Aber dann kamst du. Und jetzt ist einfach so, als Familie hier gemeinsam erleben zu dürfen, ist so. Ich freue mich auf die Zeit. Ja, so. Dann sagen wir hier jetzt an diesem Punkt jetzt. Wir kommen dann auch im Pool. Tschüss. Wir kommen. Wir werden es genießen. Und wir werden uns auf jeden Fall hier nochmal melden auf YouTube. Wir hoffen sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ein Abonnement. Ja. Und dann sehen wir uns. Die Tage wieder. Sarah hat übrigens heute Geburtstag. Hä? Und dann sehen wir uns.